wo ist unser skrid? wo ist unser skrid? ich will ein skrid! die zwei sind da in der mitte des buntes oder? kommen die hier hoch? weil die spinnen kommen von hier oben, arne? warum haben wir vier... das sind doch die veteranen wie eine spinne warum haben wir vier dingens? ach so, erster angreßhöhle, okay skrid wachbosten, komm mal weg von dem skrid, damit der nicht mit infight geht hier unten sind auf jeden fall diese komischen addings ich weiß nicht, ob der auch noch von einer anderen Richtung kommt, aber von innen kommen die nicht, oder? unter uns kann es nicht beschwören halt mir mal mit auge drauf wir sind doch flexibel, oder? ok, hier unten wie lange geht das eigentlich? ne neue Jotons bis es vorbei ist das würde ich auch sagen, gibt's nicht los das klingt gut das ist auch immer richtig das ist auch immer richtig ach, hätte ich mal lieber meinen Bogen mitgenommen und ordentlich Buffhut natürlich das wäre es gewesen, ha? das wäre es gewesen, ha? skrid ist ok ok zumalte würde 50 Sekunden ho tu sara aber wenn man sich lieber meine Geister ich hoffe, das Niveau nimmt zu mhm? ne sieht so aus, als wird es genauso langweilig bleiben seitdem die kommen noch aus einer anderen Richtung, aber überhaupt nicht die werden schon noch härter für Angriff sollen sie insgesamt weiß jemand? ja ah doch, die spawnen jetzt auch hier oben normalerweise muss man noch hier Türme bauen und die dann aufwerten und so Geschichten das war irgendwo ein Ast das war irgendwas nein, das war Tower Defense das war glaube ich die erste Plateau oder so mhm hu, hier ist ein Champion yeah hui, hier ist eine ganz wiekende Spinne ich weiß, warum die wütend ist das ist nämlich die, die der Thomas letztens in Ascalor im Fraktal auf das Loch gelegt hat wir haben ja einen relativ weit hinten wir haben ja einen relativ weit hinten hätte ich das gewusst und das ist jemand wie viele Wellness insgesamt sind? ja, hast du doch vorhin nicht vorgelesen ja, aber ich hör mir doch nicht zu mhm ach haben wir jetzt zwei Champions können wir die aufeinander ziehen? so langweiliger oh, die kann man sich selber zuhören aber da kannst du mal sehen, dass ich dir zum Beispiel immer zuhöre so ist richtig wenigstens einer du kriegst gleich ein Fleischkärtchen boah ein Bienchenstempel smiley smiley mit Sternchen irgendwie ist hier doch eine drin und das Sternchen als Sticker wohlgemerkt, ne? mit Glänz und so Glitzer und so glänziges glänziges Sternchen minister jetzt kommt ein Champ Botha Ich hasse Pilze ich hasse Pilze Jawoll, Team Blau. Habe ich gerade 14.000 Schaden mit einer zerfrorenen Flasche gemacht? Warum rennt hier eigentlich der Zwiebel rum? Weil wir schon längst fertig sind mit unserer Gruppe. Dann nehmt doch unsere auch noch mit. Oh, da schieß er bei. Geiler Batzen hier. Geiler Batzen hier. Oh, blaze. Geiler Batzen hier. Geiler Batzen hier. Ich kann zumindest nicht weniger, ne? Da kommt noch mal ein Satz. Kränze. 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 So haut der Champion jetzt ab. Mhm, das frage ich mich auch. Der nimmt den anderen Weg. Warum haben wir den Jotun hier? Der nimmt den anderen Weg zum Skritt, ne? Genau. Ja. Das ist natürlich auch toll für so'n Champion Erfolg. Ich frag mich nur, warum sich hier noch niemand darüber beschwert hat, dass die keine Boxen trocken. Ich wüsste auch jemanden, den ich da im Verdacht hätte. Mhm. Ist noch fassungslos. Sprachlos, fassungslos. Total. Ja. Ne, das... Gott. Boxen... Er schreibt schon. Machen doch... Die machen doch eh was, die kleinen Boxen. Slash Buck. Ticket erstellt. Du Ramon. Wir kennen uns ja jetzt. Mach mal was mit den Boxen. Das kann ja wohl überhaupt nicht angehen. Pass mal auf, du. Moment, ich werde mich in das Problem einarbeiten. Aber das ist, glaub ich, wirklich der einzige deutsche Community Manager, den es gibt, ne? Hm. Was bitte? Ramon ist, glaub ich, der einzige deutsche Community Manager, oder? Mhm. Das ist korrekt. Hat der... War da... Oh Mann. Das ist ja... Bitte! War das auch derjenige, der sich wegen dem Gildennamen da... Ne, das war CC Meinke. Hab ich gestern auch noch mal gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß noch nicht mehr, was ein CC ist. Ich kenn's nur als Carbon Copy. Ich glaub, das nennt sich Community Coordinator dann. Ah, ich hab nen Kasper draus gemacht. Community Kasper. Fand ich auch gut. CC kenn ich nur als Crowd Control. Was da unten ist, keine Ahnung. Ganz ehrlich. Passt ja auch für so nen Forums-Moderator. Crowd Control? Ich find das so immer echt amüsant ist das für... Ja, stimmt. Klasse Namen, die es da gibt für so Popel-Shops. Ja. Äh, CC Meinke, weißt du noch, was der mal... Den kennen wir schon, ne? Dass der... Der... Ich darf das jetzt nicht sagen. Soll ein Video werden. Hm? Kannst du das nicht sagen? Naja. Den uns. Genau. Ja schön Flora, du erinnerst dich an den schmutzigen Sanchez. Was? Wie geil. Nicht zum... Ja. Wir werden dann in den Tunnel ziehen. Nicht hier zum... NTC. Aber ist doch eigentlich relativ entspannt, ne? Ja, eigentlich schon. Kann man auch mit weniger machen. Ich bin am Download. Lach nicht. Wer? So viel zum Entspank. Ich bin schon wieder am Darn-Tot. Ja gut, das kann man mir auch vorstellen, dass es auch nie Gegner liegt, die man hat, ne? Ja, wir haben jetzt hier zwei Tote, falls man in der Gruppe da irgendwie... Also der rote. Die rote. Ja, wir haben also Probleme, ja. Braucht da jemanden bei euch? Ja, wäre nicht schlecht, ja. Ähm, wo seid ihr? Wie sieht's aus mit Laufen? Lohnt sich das? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich dich so schnell nicht aufhebe. Kommt klar Team Blau? Ohne mich? Wir haben dich so locker gemacht. Ich bin... über die Wegmarke rein. Lass erst die Veteranen machen, nicht die Champions Fokusen. Ich lege total rum, ich weiß auch nicht, warum das grad liegt. Ihr gebt Bescheid, wenn ihr mich wieder braucht. Jo. Okay, Situation ist wieder an der Kontrolle, würde ich sagen. Ich bin auch wieder am roten. Dann hau ich mal wieder. Danke. Danke dir. Danke, danke. 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 Danke.